ja hallo und servus youtube und freunde des geblickten gamings hier ist euer mark von wolfsrudel und heute habe ich ehrlich mal vermute dass es ein easter egg ist gefunden wir haben uns schon überlegt ja es wird doch bestimmt wieder beim ls 15 sowas ähnliches geben irgendwas wie damals im 2009er wo einfach auf dem leuchten dann abends die ufos kamen um 12 uhr und hier haben einen mysteriösen brunnen hier steht sie schauen in die tiefe des bundes und kriegen den eindruck dass es ihnen nach glänzenden dingen löstet 100 glänzende dinge um es genau zu nehmen ach jetzt habe ich es raus ich schätze mal wie muss man die goldmünzen abgeben kann das sein weil tausende glänzende dinge scheint einfach nur so ein guten easter egg ist jetzt nicht wirklich ich sehe jetzt da nichts was glitzert immer noch ein leerer brunnen da vielleicht muss man doch hier die gold dinge reinbringen die goldmünzen bin mir jetzt da gar nicht sicher aber ich würde das mal so als kleines easter egg bezeichnen und zwar findet ihr das wo das ist das ist hier dieser brunnen ist hier ganz unten links unter dem feld 35 ist in der nähe von der kuhweide oder vom kuhstall da geht so ein feldweg hoch und da hinten im eck ist das eigentlich versteckt da schöner platz muss man schon sagen und ja nicht schlecht also macht's gut bis dahin ich hoffe ich hat's gefallen macht's gut servus